Ja, wenn ich filme, dann ist das ganze lichtempfindlicher. Man sieht alles. Du filmst? Ich filme. Ja, nun geh mal voran. Zeig doch mal. Ah, sehr schön. Ganz in Rot. Hier zum Essbereich. Hier haben wir die Küche. Mit Mikrowelle. Mikrowelle, Waschmaschinen und alles. Ah, sowas will ich auch haben. Und... Ah, wer ist denn das hier alles? Das sind die Leute, mit denen ich Abitur gemacht habe. Das bin ich in Hollywood. Das ist Mama. Das ist meine Freundin aus England. Das ist Sophie etwas angemalt. Das ist Juri. Sophie etwas angemalt. Juri? Ja, Spiegel. Naja, das sind im Großen und Ganzen alles Freunde. Na gut. So, und dann mein Schlafzimmer. Das haben wir hier. Arbeitszimmer? Ja. Noch mehr Arbeit? Ja. Noch mehr Arbeit? Na ja. Sehr schön. Ganz besonderes Stadt, wie das bei der Lichterkette. Die Lichterkette? Oh. Schön, ne? Sehr schön, ja. Na ja, aber die Folgen auch. Da wirkt das noch besser. Ja, leider steht hier überall noch zu viele Pfandpusten rum von meiner Party und die sind immer noch so halb voll, deswegen habe ich die noch nicht zurückgepackt. Mir ist vielleicht aufgefallen, dass ich keinen Kleiderschrank habe, der ist nämlich quasi hier. Aha. Es ist unhandelig, mit Klamotten habe ich es nicht so mit der Ordnung. Das heißt, hier wird dann der Freund geparkt, wenn jemand anders kommt? Nein, mein Freund ist kein Geheimnis. Aha. Und hier, das ist alles. Mit Badeband. Ah. Klo, sogar ein Spiegel. Na gut. So, dann kann ich mich selber aussehen. Das ist aber ein ganz schöner langer Film, wenn du da drehen kannst du. Drei Minuten. Ja, sehr schön, sehr schön. Schöner Holzstil. Mhm. Diese Kommode habe ich mit meinem Schweiß- und Herzblut aufgebaut. Oh nein. Das war eine schöne Strapaze. Aber sie hält Verbandskasten. Verbandskasten.